Hallo und willkommen zu eurem neuen Let's Play. Und wir spielen Einer, Zwei, Dei, Matilda. Was ist die Namen? Ja. Wir spielen ein Spiel. Oh, wie süß. Dreckig Runde. Wo sind meine Röhrkings? Gleich gehts weiter mit den Abenteuern von Thunderbolt in Space. Nach einer kleinen Unterbrechung für den Werbeblock. Nicht schon wieder Werbung. Hey, Nullpunkt. Komm, wir gehen raus in den Hof und graben nach einem Piratenschatz. Oh, ja. Ähm, äh, Domino, glaubst du, dass Mama damit einverstanden ist? Na klar, wieso nicht? Mama und Papa kommen sowieso bald von ihrem Spaziergang zurück. Was soll bis dahin denn schon passieren? Hey, Domino, was ist denn das hier? Das ist einer von diesen blöden Spielzeugrobotern, die Cruella de Vil herstellt. Wer will so'n hässlichen Schrott schon haben? Ich bin ruiniert. Jawohl, ruiniert. Meine wunderbaren, herrlichen Roboterchen verkaufen sich schlechter als ranziger Rosenkohl. Keine Sorge, Mr. D. Dieses neue Modell wird bestimmt ein Hit. Was du nicht sagst. Bist du blind? Diese verwöhnten englischen Gören geben ihr Taschengeld lieber für andere Dinge als unser Spielzeug aus. Unsere Konkurrenz muss vernichtet werden. Jawohl, so ist es. Professor Fartsboom! Jetzt hören Sie mal kurz mit dem Spieleprogrammieren auf und gehen Sie ans Telefon! Ja, Cruella, meine Holde? Fartsboom, mein höriger Hightech-Gehilfe. Starten Sie Plan B! Hallo, wir sind wieder da. Mama? Papa? Hey, wo seid ihr denn alle? Sieh doch, Pinsel. Nullpunkt und Domino. Wenigstens die beiden sind noch da. Psst, da! Es kommt gerade im Fernsehen. Dass in ganz England rätselhafter Weise Haustiere aller Art spurlos verschwinden. Scotland Yard ermittelt bereits in dieser Angelegenheit. Ich kann es einfach nicht fassen. Unsere Kleinen sind weg. Da kann doch nur wieder diese schreckliche Cruella de Vil dahinter stecken. Aber... Was können wir machen, Pinsel? Ich sag dir, was wir machen. Wir gehen zu der Fabrik dieser grässlichen Frau und holen uns unsere Babys zurück. Man muss ihr endgültig das Handwerk legen. Jawohl. Du hast recht. Ich könnte diese Frau beißen. Nullpunkt und Domino, ihr bleibt hier. Passt gut auf unsere Menschen auf, während wir weg sind. Und macht euch keine Sorgen. Wir holen alle eure Geschwister wieder zurück. Wiedersehen, meine Schätzchen. Seid brav. Natürlich sind wir brav. Wollen wir hier rumsitzen und brav sein? Oder wollen wir was tun, um unsere Geschwister zu retten? Ich wollte dich gerade dasselbe fragen, Schwesterchen. Los geht's! So, fangen wir mit den ersten Level an. Regents Park. Spielen langer als ich auf dem Spielball in Kapitänien. Regents Park spielen. Und wie immer für den kleinen Stückchen des enormen Bildschirms. Ungefähr einen halben Zentimeter fehlt. Ich weiß nicht warum. Der Popper Wille ist so, also kriegt er es auch so. Sonst wird es aber nicht stören. Hallo Hündchen. Ich heiße Daedalus. Willkommen im Regents Park. Hallo Daedalus. Ich suche meine Brüder und Schwestern. Ich glaube die sind in Gefahr. Stimmt. Cruella hat eine Armee von Spielzeugrobotern losgeschickt. Die sollen alle Tiere in England einfangen. Aber warum? Was hat sie mit ihnen vor? Die Roboter sperren sie in Kisten wie die hier. Und bringen sie dann zu Cruellas Spielzeugfabrik außerhalb von London. Können wir sie nicht aufhalten? Na klar. Die Spielzeugroboter können gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Aber sie sind schlecht gebaut. Ein lautes Bellen aus kurzer Entfernung macht ihre Elektronik kaputt. Und meine armen Geschwister, die in den Kisten gefangen sind? Du musst gegen die Kiste rollen. So kannst du sie aufbrechen und die gefangenen Hündchen retten. Danke Daedalus. Bis bald. Na dann machen wir es mal. So bellen wir. Du kannst auch schniffeln und dann können wir auch nicht zu Hause sitzen. Vielleicht später aber folgen. Hallo. Ich bin Zippel. Meine Mama hat mich so genannt, weil ich immer Zippel und Zappel. Hallo freut mich Zippel. Du kannst hier viele witzige Sachen machen. Aber nimm dich vor den Spielzeugen in Acht. Wenn du Fragen hast, komm einfach zu mir. Dann sag ich dir was ich weiß. Bis dann. Jawohl. Meine erste Aufgabe ist es. Aufstück der Lerner. Und ein Steak. Aufstück der Lerner. Aufstück. Aufstück der Lerner. Oh danke dass du mich befreit hast Bitte schön. Aufstück. So, dann machen wir mal ein Knüschlein hier rein. Ich erzähle ein bisschen was wir machen. Das Spiel ist so. Hier ist unser Hund. Ich glaube, wir können auch noch mehr sehen, oder? Ja, wir können das sehen. Wir müssen halt unsere neue Schlüsse halten. Das war alles gerade das Spiel. Ja, hier kann man sehen, was wir haben. Wir haben heute eine Kataliersanzeige. Wir können nur halb süd. So, und dann ist auch eine Kiste. Erzähl für mich, das teilt uns. Weiter so! Jawohl. Ich hasse, Spielzeugaffen. Wir machen das, was wir Findershins. Und dann ist das, was ich schon passiert. Ich bekommene, wir machen es schon. ich schlitzel und stelle sie hoch. Wir wollen das, was wir machen. Wir wollen das, was wir machen. Oh, das war mir auch. Oh, da ist auch wieder. Ich verstehe hier eine. Da bin ich wieder. Hey, hörst du die Bienen da oben summen? Ich weiß zwar nicht, ob du Corellas üblen Gehilfen Jasper schon gefunden hast. Oh, das ist richtig. Aber wenn du ihn siehst, dann lock ihn hierher zu meinem Baum. Ich hab'n Lust. Ja, das ist ein Lücken. Und das darf ich auch durch. Ja, aber kann ich mich nicht verbreiten. Die Wolle an die Endfreude. Und da haben wir ihn schön geschossen oder was von uns. Keine Ahnung. Willkommen, Willkommen. Wieder nochmal ein Bus zum Baum. Kommst du wohl her, du Bisküter? Okay, Zeppel. Und nun? Sorg dafür, dass du geschwindig wirkst. Einmal Drehwurm für den unfreundlichen Herrn. Jetzt habe ich dich. Nimm dich vor dem Kescher in Acht. Mach ich ja, mach ich ja. Oh, das müsste reichen. So, du. Jetzt schön stillhalten. Jetzt kommt der entscheidende Schlag. Oh, oh. Und eigentlich ist egal. Ich glaube, ich kann morgen was machen. Ich muss tauben. Wir machen das. Ach ja, wir haben über alle Tauben hierherlocken. Wir haben über Tauben. Und da ist ein Leben für uns. Wenn man nicht sehen kann, wie wir... Ich glaube, das Spiel war ziemlich groß. Ich habe auch kaum Leben von Ordnung. Ich hoffe, dass... Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Das war's. 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 Das war's.